Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Dresden hat in den letzten Jahrzehnten einen deutschen und europäischen Zentrum für die Chip-Industrie entwickelt. Diese Entwicklung ist gut und schön und grundsätzlich ist das natürlich auch als positiv zu bewerten, dass wir ein solches Zentrum geworden sind. Allerdings kann ich mich, kann unsere Fraktion sich nicht des Eindrucks erwehren, dass der Stadtrat als lokalpolitisch entscheidendes Gremium bei mehr oder weniger allen Prozessen und Verhandlungen so gut wie herausgehalten wird und wurde. Nun gibt es allerdings eine Entscheidung, bei der, also es gibt dann natürlich auch immer Entscheidungen, wo der Stadtrat dann gefordert ist. Wir müssen eine Vorlage entscheiden, also zum Beispiel heute ist ja auch eine auf dem Tablett hier im Stadtrat und das heißt also, dass der Stadtrat sehr wohl entscheiden muss, aber vorher nicht gefragt wurde. Bei der Vorlage, die wir heute besprechen, da wird es, also es geht da um das Abwasser, da gibt es dann eine Sonderauszahlung von ungefähr 11 Millionen, die so in Richtung Kita gehen soll. Allerdings in einer Vorlage, die wir jetzt im nächsten oder übernächsten Mal haben werden, werden wieder ungefähr die gleiche Summe, also 11, 12 Millionen, dem Kita-Bereich entzogen und zu einer städtischen GmbH gegeben. Das zur Vorrede und nun zu meiner Frage und dann noch eine Nachfrage. Zum allgemeinen finanzpolitischen Verständnis bitte ich Sie darum, das Folgende zu beantworten. Ist es korrekt wiedergegeben, dass Gewinne aus einem Unternehmen der Stadt über den Eigenbetrieb Kita an ein anderes Unternehmen der Stadt umgeleitet werden? Und wie viele Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet die Stadtverwaltung in den nächsten zehn Jahren aus der Chipindustrie an sich und aus den Neuansiedlungen der Chipindustrie? Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollege Pratzka. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Schulte-Wissermann, vielen Dank auch von mir für die Frage. Die Beteiligung der Landeshauptstadt an der Stadtentwässerung Dresden GmbH wird aus steuerlichen Gründen im Eigenbetrieb Kindertageseinrichtung Dresden gehalten. Die Entscheidung dazu hat der Stadtrat getroffen, und zwar an seiner Sitzung am 25. November 2010. Der Eigenbetrieb vereinnahmt infolgedessen sämtliche Gewinnausschüttungen der Stadtentwässerung Dresden GmbH in Höhe der jeweiligen Gewinnausschüttungen werden keine Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt benötigt. Die in Rede stehenden zusätzlichen Gewinnausschüttungen in Höhe von 12,5 Millionen Euro konnten bisher aufgrund ausstehender Gremienmitbestimmungen weder in der Mittelfristplanung des Eigenbetriebes noch in der Mittelfristplanung der Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt werden. Mit dem Zufluss an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden in den Jahren 2026 bis 2028 wird lediglich der bisher in den Planungen bezifferte Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe der 12,5 Millionen Euro kompensiert. Die dadurch frei werdenden Mittel im städtischen Haushalt stehen grundsätzlich als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung, über deren Verwendung dann der Stadtrat entscheidet. Sofern sich der Stadtrat der Landeshauptstadt für eine Verwendung als Zuwendung an die Sachsen-Industriewasser GmbH entscheidet, stellt diese Zahlung eine, diese eine Zahlung aus dem städtischen Haushalt dar. Umländung ist eher ein missverständlicher Begriff. Im Übrigen ergibt sich aus dem Sachverhalt für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen keinerlei Veränderung der zur Verfügung stehenden Mittel aus dem bisherigen Plan. Die Frage zu den Gewerbesteuereinnahmen der Chipindustrie in den kommenden Jahren kann so nicht beantwortet werden. Einerseits werden Einnahmen aus der Gewerbesteuer maximal über den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung hinweg prognostiziert. Andererseits ist der Begriff der Chipindustrie viel zu unbestimmt, um darauf bezogen konkrete Prognosen zu erstellen. Außerdem würde die Veröffentlichung von Prognosedaten lediglich für chipproduzierende Unternehmen in Dresden gegen die Bestimmung über das Steuergeheimnis verstoßen. Gut, also eine Größenordnung hätte mir schon gereicht als Physiker, aber gut, wir haben gehört, Sie wollen das nicht sagen. Gestatten Sie trotzdem eine Nachfrage. Ihr hattet ja ausgeführt, dass in der Vergangenheit es gut wie keinerlei aktive Mitgestaltung des Stadtrats an den Entwicklungen da um den Flughafen gegeben hat. Wie ist jetzt seitens des OBs oder der Verwaltung vorgesehen, dass in Zukunft der Stadtrat aktiv mit in die Planung, in die Verhandlungen, in die Konzeptionen mit eingebunden wird? Und um das mal konkret zu machen, welche Plural, welche Vorgänge, Vorlagen kommen jetzt noch, ich sage mal in den nächsten sechs, zwölf Monaten, über die wir dann in diesem Zusammenhang beraten und entscheiden müssen? Also, wir haben ja bereits in den Ausschüssen für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung durch das Amt für Wirtschaftsförderung zu Planung und Koordination von Ansiedlungen anlassbezogen auch berichtet und wir werden das Ganze auch fortsetzen. Aktuell erfolgt unter Beteiligung von Vertretern des Stadtrats ein Gestaltungswettbewerb für das geplante Flusswasserwerk. Die Jury wird voraussichtlich im November 2023 den Siegerentwurf küren. Welche weiteren Vorlagen über den Stadtrat künftig noch alle erfolgen werden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend abschätzen, aber wir werden Sie weiter kontinuierlich informieren. Vielen Dank, Sie lassen mich leicht unbefriedigt zurück. Vielen Dank. Vielen Dank.